Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 46.200 US-Dollar, die ETFs laufen. Wir hatten, glaube ich, ein Volumen von 4,5 Milliarden am allerersten Handelstag. Das ist richtig, richtig groß gewesen. Bitcoin hat kurzfristig gejuckt. Wir sind auf 49.000 US-Dollar gestiegen. Seitdem leichter Abverkauf wieder Richtung 46.200 US-Dollar. Was das jetzt für den kompletten Chartverlauf bedeuten könnte, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video mal genauer anschauen, außerdem wieder einen Blick auf Ethereum werfen, Gold und natürlich kurz die Stockmärkte. Bevor wir hier noch starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr bekommt Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, natürlich for free. Und wenn ihr die ganzen Sachen nachtraden wollt, kann ich euch nur meine Partner bei BingX empfehlen. Dort könnt ihr Forex, Krypto, Stocks und auch Aktien traden. So, alles abgearbeitet. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rein. Ach ja, Podcast, wichtige Info, heute geht wieder Podcast los. Heute um 12 Uhr kommen neue Folgen auf Spotify, auf allen Streaming-Portalen online und es wird eine verdammt wichtige Folge, garantiere ich euch. Also hört euch das auf jeden Fall heute gerne an, um 12 Uhr auf allen Streaming-Portalen. So, jetzt aber Bitcoin, 46.250 US-Dollar. Was war gestern los? Also eigentlich, ja, die ETFs laufen, sind alle jetzt mittlerweile bestätigt, sind handelbar und sowas. Sehr, sehr erfolgreicher Start, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Man sieht hier diese Candle, die genau auf 49.000 US-Dollar gegangen ist. Daraufhin gab es dann erstmal einen größeren Abverkauf. Hat natürlich auch damit zu tun, wir hatten sehr, sehr hohes Open Interest. Also, wenn wir uns das mal hier auf Coinglass angucken, ist das Open Interest natürlich jetzt nicht mehr so hoch in 24 Stunden über sich gestiegen. Aber wenn man sich das mal gestern kurzfristig angeguckt hat, ist es enorm in die Höhe geschossen. Wir haben immer noch sehr, sehr hohes Open Interest, natürlich. Aber es hält sich in Grenzen, wenn man es auf einen Stundenvergleich und sowas zieht. Interessanterweise sind die Funding-Gebühren absolut neutral. Bis auf Coinex hat so einen kleinen Ausreißer und Bitgeld. Ansonsten absolut normal, sogar OKX ein bisschen niedriger. Bing ist auch absolut normal. Also, das heißt, der Markt ist immer noch resettet. Und ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sobald dieser ETF genehmigt wird, wir komplett to the moon gehen. Das kann sich auf Dauer entwickeln. Wir wissen damals, jeder hat jahrelang auf Ripple gewartet. Es kam dann ein Pump. Das können wir hier vielleicht vergleichen. Und das war es. Man muss aber auch dazu zusehen, Bitcoin hat eine viel, viel höhere Market Cap. Das heißt, es wird viel, viel, viel mehr Geld benötigt, um überhaupt die Kurse auf solche Level hochzubringen. Also, das mal nur so nebenbei der Sache. Halving steht dann auch noch an und sowas. Aber das ist so ein Event, das würde ich einfach nicht hypen, dass beim letzten Mal schon nichts passiert. Also, jetzt bitte nicht jeden Tag hier Halving kommt oder sowas. Geschichten auf YouTube angucken. Das wird nichts ändern. Es ist ein Ding zwischen Angebot und Nachfrage. Und wenn die ETFs jetzt langsam aber sicher sich dann bemerkbar machen, dann wird es auf Dauer schon Auswirkungen auf den Kurs haben. Aber jetzt kurzfristig war jetzt nicht zu 100% sicher, dass wir jetzt hier komplett nach oben schießen. Also, macht überhaupt keinen Sinn. Das Geld muss jetzt erst einmal in den Markt kommen. Manche ETFs müssen vielleicht noch umgewandelt werden, etc. WP-Marketing. Und das ganze Retail-Money ist eh noch nicht da. Wichtiger ist, wir konzentrieren uns jetzt mal langsam wieder auf den Chart und nicht auf irgendwelche ETF-News, D-News, D-News. Bringt alles nicht. Chart ist wichtig. Und da haben wir nämlich gestern jetzt ein extrem wichtiges Level gehindert. Ich mache das mal ganz kurz weg. Und ich mache auch mal hier das Golden Pocket ganz kurz weg. Denn wir haben gestern hier eigentlich fast genauso gar noch die Ineffizienz. Die lag bei 49.400. Wir sind auf 49.100 US-Tolle gekommen. Das heißt, da kommen wir jetzt gleich nochmal eine kleinere Analyse drauf. Ein Level, was wir im Blick halten sollten. Aber das Wichtigste von allen ist, wir haben das Golden Pocket erreicht. Das Golden Pocket von unserem All-Time-High bis zu unserem Low vom Bärenmarkt. Dieses Golden Pocket wurde jetzt gestern erreicht und getroffen. Und ich habe dazu gestern auch nochmal einen größeren Post gemacht, Vergleiche angesetzt. Und ihr kennt ja alle noch dieses Video, wo ich gestern, glaube ich, auch vorgestern schon mal gezeigt habe. Dieses Video hier mit wilde Bitcoin-Theorie kommt ein Big Short. Das hat alles natürlich Präferenzen darauf, was jetzt mit dem Golden Pocket passiert. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir ballern jetzt hier auf Daily-Sicht mit sehr, sehr bullischen News absolut durch. Was ich persönlich immer noch nicht glaube, weil auch nochmal so kleine Anmerkungen. Wir hatten gestern BPI-Daten, die etwas höher ausgefallen sind, als sie sollten. Also als die Prognose war. Das heißt, das Inflationsgespenst kommt langsam wieder zurück. Wer weiß, was das noch für Auswirkungen hat. Oder wir kriegen jetzt diesen Abverkauf. Und dieser könnte uns, wie gesagt, in Richtung 33.000 oder 30.000 US-Dollar führen. Warum? Weil wir technisch gesehen in den letzten Bärenmärkten das Golden Pocket zuerst gehittet haben. Alle waren im FOMO. Natürlich kann man es dieses Mal nicht vergleichen. Wir haben Big ETF-News. Die gab es damals nicht. Trotzdem die Chance, dass wir hier nochmal runtergehen. Diese Bestätigung holen bei 30k ist eine Möglichkeit. Und dann das in den Bullenmarkt eintreten. Also Worst Case, wie gesagt, weiterhin bei 18k. Glaube ich derzeit nicht. Habe ich auch gestern dazu geschrieben. Also 18.000 wäre nur bei einem richtig, richtig fetten Black Swan Event möglich. Glaube ich momentan nicht. Ich gehe eher möglicherweise nochmal von 30k aus. Wie gehe ich da hin vor? Immer Zonen kaufen. Bitte lasst euch jetzt nicht einreden. Wir müssen darunter. Wir müssen erstmal einen Scheiß-Trick müssen wir darunter. Also jetzt nicht jeden Tag, nur weil jetzt wieder 12k-Prognosen oder 18k-Prognosen rauskommen. Hört da bitte nicht drauf. Wartet nicht auf diese Dinger. Habt immer Kapital beiseite. Das ist glaube ich das Wichtigste. Habt Kapital beiseite, was ihr investieren könntet bei einem Dump. Ansonsten wartet nicht darauf. Wirklich nicht. Also es kann alles passieren. Es muss aber nicht. Wie viele Leute haben da unten 12k geschrieben? Es kam nicht. Wie viele Leute haben hier 12k geschrieben? Es kam nicht. Wie viele Leute schreien hier 12k? Wer weiß, ob es kommt? Weiß keiner. Aber habt immer mal ein bisschen was beiseite. Auf jeden Fall. Das nur nochmal dazu. Ansonsten kurzfristig, um jetzt nochmal auf den Chart zurückzukommen. Wir haben natürlich jetzt hierdurch eine Menge Liquidität hier oben drin gelassen. Wir haben auch hier ein kleines Golden Pocket, was es nochmal zu testen gilt. Meiner Meinung nach bei 47.900. Besser wäre es sogar. Wir kriegen hier nochmal einen Hint in die 49.000 oder sogar 50.000 Region, um diese Ineffizienz hier oben noch zu füllen. Und dann wird es eben spannend werden. Und das sind auch die Zonen, wo ich überlegen würde, ob wir dann einen Short machen. Wie gesagt, unsere Long-Position läuft noch. Ich habe gestern nur irgendwie nicht mehr daran gedacht, dass wir hier auch nochmal einen Take-Profit nehmen könnten. Werden wir dann aber, sollten wir jetzt hier nochmal hochgehen, auf jeden Fall noch nehmen. Das heißt, mein Plan ist jetzt erstmal abwarten. Seitenlinie. Wir sind jetzt hier erstmal grundsätzlich im Support. Das wollte ich euch nochmal zeigen, wo ich das Ding weggemacht habe. So, jetzt. Also, wir haben hier das Golden Pocket erstmal als Support. Das heißt, eine kurze Erholung oder längere Erholung ist hier auf jeden Fall noch drin, dass wir hier nochmal hochgehen und dann möglicherweise einen Abverkauf sehen. Für mich primär wäre es eigentlich wichtig, hier nochmal hochzukommen auf 49.4, um die Ineffizienz auf Daily-Sicht erstmal zu schließen. Und dann können wir möglicherweise runtergehen. Und das wäre auch für mich das Short-Szenario. Vorher werde ich hier nicht shorten. Vorher werde ich die Welle mitnehmen. Und gut ist, wir haben jetzt auch schon wieder Freitag. Muss man auch dazu zählen. Und jetzt warten wir erstmal ab. Interessanterweise, ich habe jetzt mal hier den CME-Charts noch mit reingenommen. Die CME-Charts sind wieder ziemlich angeglichen. Also, auch hier nicht mehr so mit diesen riesen Preisspannungen. Das hat sich mittlerweile wieder ziemlich angeglichen. Hat mich auch gewundert. Aber den werde ich jetzt auch mal zukünftig ein bisschen beobachten. Ansonsten gibt es momentan wenig zu sagen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es da aus? Ziel von 2711 minimal verschätzt. Kann aber noch kommen. Bestätigt mich nochmal in der Annahme, dass wir auch bei Bitcoin nochmal steigende Kurse sehen. Das heißt, auch hier gehe ich noch von 2700 US-Dollar aus. Hat sich seit gestern nichts verändert. Auch hier bin ich weiterhin erst einmal bullish. Gold, weiterhin auch nicht wirklich was. Wir haben zwei Take Profits. Weiterhin Standard. DAX nehmt auf jeden Fall Profite. Erster Take Profit. Stop Loss of Entry. Das heißt, auch hier jetzt erst endlich mal Take Profit erreicht. Nasdaq gestern schön eingebrochen. Muss man ehrlicherweise sagen. Aber sofort wieder erholt. Hier und beim S&P 500 bin ich immer noch etwas zwiegespalten. Ich glaube, dass wir uns möglicherweise heute oder Anfang nächster Woche diesen Preisbereich hier oben um 4818 Punkte noch holen, um dieses All-Time-High zu erreichen. Und dann muss hier langsam Korrekturzeit sein. Das gestern war schön wegen den höheren Inflationsdaten. Ist mir aber immer noch zu wenig. Warten wir mal ab. Ansonsten gibt es wenig zu sagen momentan. Später kommt dann noch ein kleines XRP-Update. Und ansonsten, ja, Bitcoin halte ich euch auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe dann auf dem Laufenden. Und wie gesagt, die Warnung, die ich da rausgelassen habe wegen Bitcat, nehmt zur Kenntnis, heißt nichts, aber kann immer noch möglich sein. So, dann war es das von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Verbringt nicht zu viel Zeit vom Chart. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns später wieder zum XRP-Update oder beziehungsweise in der Telegram-Gruppe. Und dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe abchecken. Und dann bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.